... ... Ich hab mir jetzt eher viel Fall. ... Sechster. Ja, das ist ein... ...achter Gesetz direkt. Und damit hat's keine Safety in der Sitzung. Oder ich weiß nicht. Ne, ne. Du musst im Auto sitzen. Long live! Sonst. Der hat keinen. Jetzt hast du mehr. Okay, ich könnte passen und hätte gewonnen. Durch. Okay. Dritte Runde. Okay. Mein schon. Ich fand ich mal mit den 7 an. Aye aye Sir. Ich werde dich einschließen. Zina. Hehehe. Hehehe. Gleich statt. Wenn ich jetzt das mache, gewinne ich das. Hehehe. 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 Was ist es? Auf jeden Fall mit Thunder spiel. Macht Spaß. Also es ist nicht schlecht. Es ist gut gemacht. Ist nicht sauber. Das war der. Naartig. Glauben wir den mal. Aber es ist nicht schlecht. Also es fühlt mir auch gut. Might Magic ist viel umfangreicher natürlich. Der ist ein verdammt. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Na ja. Darüber mal. Mal gucken. So. Welchen natürlich trägst große. Aber die auf jeden Fall mit 3 nehmen. Der ist da. Ach da. Ich kann nicht gerne packen, ich schicke bevor ich es am 8er anfangen. Das ist mehr als ich natürlich. Ich bin froh. Ich bin froh. Das war erst die erste Runde. Ich bringe das mal mit hin. Gegen den An. Ei, ei, Sir. Der Vorstand wäre der. Ich habe ja irgendwie sowas denn noch. Ich habe ja auch 5. Ich muss ich gucken. 6, 11, 19. Ich habe 8, 15. Und ich könnte. Was denn 7 haben wir an, ne? 7, 14. Aber ich könnte auch die nehmen. Was ist das für eine? Ich habe keine Ahnung, wozu die Note da ist, aber... Ich weiß nicht, dass ich die nehme. Ich weiß nicht, dass ich die nehme. So. jetzt haben wir 8 10, 13, 16 8 jetzt muss ich mal schauen dass ich kein Fehler mache zimmer das macht ich würde aufhören 8 ich habe mehr wieso was das war der mehr als ich der hat gewonnen ne ich hab gewonnen doch okay das war jetzt aber knapp gewesen das war nicht so geplant gewesen Kartenmanager ja verschiedene Kartenmanager aufkommt was macht er jetzt das Kartenmanager ist langweilig ja suchen wir besser richtig spielen oder müsste ich damit mhm 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 Gehe wieder zurück. Ich will nur ganz kurz reingucken. Es gibt nur die Weile. Einmal die Testversion, also das Ganze. Es ist nur eine Beta, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. Ich werde jetzt nochmal alles, was ich schon mal gemacht habe. Das freue ich, glaube ich, gar nicht. 20. 11. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 23. 23. 24. 25. 25. 29. 27. Tutorial haben wir vorhin. Das ist doch nicht lustig, aber ich versuch's mal. Das ist gut. Mal fahren. Ja, Peggy. Das ist gut, dass er so groß wie gerade eigentlich umrechtlich groß sieht. Das ist immer auch irgendwie so, natürlich. Ich hätte das aber gerne die Liebe gehabt. Hm. Ich würde das jetzt 10er machen, sondern 12er. Hm. Ich liebe Polos. Ho ho, I sense trouble. 15. 20. 23. 12. 20. 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 Das heißt, wie das steht. Ich zeigte euch gar nicht. Ich weiß, ob sie für die Verteidiger 100% playen. Wir haben hier eine Zeit-Dialen-Dialen-Dialen-Dialen-Dialen. Ich glaube, das ist wirklich ein wirklich, das ist wirklich zufrieden. Ich habe auch noch einen Schicksal. Ich habe wirklich hier einen Schicksal. Wir haben die Strikot beschloss. Das ist nicht so schlimm. Ich kann es nicht mehr nehmen. Sechs. 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 auch für zu besitzen 20 und für sich hart Prozent da muss er machen gerade aber ich weiß noch nicht There is no escape! 20, 28, 29, 50, 54. Okay. Bist du? Pfff. Frag mir was. Ich bin guckin. Okay. Ich bin mal auf. Schöeden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020